Nö. Rest durfte passen, muss ich meinen. 86er Chemie. Das sieht gut aus. Was war denn das? Ach, Aktion, okay. Nö, passt. Weiter. So, spielen wir so. Neuer im Tor. Der ist doch schon mal nice. Wo ich es natürlich gerade hingehe, der Fuzi da, hätte ich sowieso keine Chance gehabt. Gucken wir mal hier mit 5, 2, 2, 1. Wenn sie noch einen finden lässt. Na dann, los. Plantilla de Food Draft. Hallo. Schlafkaffee. Ja, machen wir so. Passt schon. So wen hat er? Aha, Ronaldo im Sturm. Ne, ne, ne. Das wird auch nicht einfach. 4-3-3. Jupp, das wird nicht einfach. Ach, von der Bewertung her ist es schlecht, wie ich meine. Also muss natürlich nichts heißen. Mehmet Yildiras ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. Gut gemacht. Der Mann holt er sich. Das hängt schon mal gut an. So läuft die Heimannschaft heute auf. Sie werden das Spiel heute breit machen wollen, denke ich, mit dem 4-3-3. Jetzt Cristiano Ronaldo. Ach, oh Gott. Oh Gott. Oh mein. Das ist ein absolutes Klasse-Tor. Also, das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Schikowiak. Venjan. Liwavo. Souverän, er hat den Ball. Venteke. Venteke. Oh. Oh, schwein, die machen wir eine gescheite Flanke. Oh Gott, so nicht. So nicht. Mann, 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 Mann. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ronaldo zieht ab. Oh. Er war noch einfach mal. Kein schlechtes Ding. Ah. Macht doch das Teil rein. Obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Venteke jetzt. Liwavo. Super Flanke. Die Flanke geht zum Gegner und damit ist der Ball weg. Oh, nun Kavachal. Kavachal auch noch. Die Mitspieler bieten sich an. Eie, Alter. Gefährliche Flanke. Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist er mal weg. Wie immer, Hektik im Strafraum vor dem Eckball. Neuer ist da mit der Faust. Sehr gute Aktion. Ja. Hä? Da geht er vorbei. Mann, das ist wie in Ruhe. Sehr gut reingespielt. Na, shit. Ei, 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 ei. Bravo, faustet den Ball weg. Gut gelöst. Und jetzt, Gündor. Jetzt könnte es gefährlich werden. Na? Hä? Das ist ja nah wie vor er nicht gescheit zum Ball hinlegen kann, ne? Hm. Nö. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Hm. Ganz stark gemachtes Ronaldo! No. Das wird ein Eckball geben. Das wird ein Eckball geben. Ja, den trist er nicht. Mann, oh. 20 Schüsse aufs Tor und keiner geht rein. Hm. Er steht gut und hat den Ball. Keine schlechte Chance. Ah. Jopi, jopi, jopi. Oh, shit. Oh, shit. locker nein noch mal nur stehen geblieben jetzt gibt es hier vielleicht die chance das war faul da muss er freistoß geben naja ja 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 nya Yu troop und nochmal nah war und den war hat er sich erkund이는 Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Beteiliger passt auf. Mei, ei. Gibt's das auch? Da kann er klären, gut aufgepasst. Und er gibt Elfmeter. Ach, was für Lichter. Noch eine schlechte Nachricht für die Mannschaft. Ja, dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das Ganze noch... So wird das nix mit dem Tor. Der Tor, der ist da. Neuer Halt, ne? Nein. Wenn ja. Und Neymar. Es gibt drei Minuten obendrauf. Wurde gerade angezeigt. Ne. Schweinsteiger. Hm. Zweitspiel. Fuck. Mein. Was ist denn das hier? Scheiße. So ein Mist. Ja, komm. Bringt ja nix. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Schweinsteiger. Gleich acht deutsche Meisterschaften haben Schweinsteiger bislang feiern können. Natürlich alle mit dem FC Bayern. Und damit hat er genauso viele geholt wie Olli Kiel und Mehmet Scholl. Und Schweinsteiger. Ja, super. Ja, gibt es das auch? Ach, Gelächter. So. Oder auch nicht. Ja, für ihn, oder? Nee, für mich. Oh, nice. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Er pfeift sie zurück. Es gibt abseits. Was? Äh. Der Ball ist im Saatenhaus. Einwurf. Höh? Höhöhöh. Pablo Zabaleta jetzt. Schweinsteiger jetzt am Ball. Passt zu Ronaldo. Nein. Hä? Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Da wird er gestört. Nein. Schieß doch. Ist doch egal wie. Hauptsache drauf. Mann. Ach. das war es auch wieder so kann ich sage ich auch sehr offensiv stellen weil es ist jetzt egal und nun ein Schuss gute Aktion von Bravo aber der Abschluss war auch nicht besonders gut hm Klasse aufgewacht, wir sind an den Ball uhr äh äh und Neymar Schweinsteiger das war einfach und er hat den Ball ne, kommst du echt nicht durch hier jetzt Gündoher ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit Schuss von Ronaldo Neymar jetzt wird gleich die Ecke reinkommen scheiße ja das war es aber eh wieder ein guter Kopfball ja ne da war jetzt wohl sowas von heute nicht mein Tag na Bullshit gut dann egal, dann höre ich direkt gleich hier auf weil kein Bock was Abbruch Multiplikat wird ebenfalls gesenkt Verteilung der Münzen beausbrugt pff, ist auch mir egal gut so scheiß drauf das heißt ich höre jetzt hier glatt auf und ach da gibt es auch noch einen Preis lol Goldset Goldset ist ja fast schon besser hier wie mit 4 Siege was ein Schmarrn äh ja gut dann höre ich trotzdem an dieser Stelle auf das ist echt besser ne gut gut Premium Goldspiel haben wir da hier aber pfff ne egal äh das soll es jetzt gewesen sein bringt ja heute nichts und schau mal dann einfach beim nächsten Mal was da so abgeht und jo wünsche euch was nett danke fürs Zuschauen haut rein servus und ciao schau mal four ein schau mal n Vielen Dank.